Aufschlag Gennady Masur, TSV Stein, der Gewinner des diesjährigen traditionellen Leverkässturniers des TSV Stein, 2014. Spielt hier beim 41. Nürnberg-Fischbacher zweiermal Schaftsturnier mit seinem Sohn, Ilya Masur, in der Herren A-Klasse. Spielt hier beim 41. Nürnberg-Fischbacher. Spielt hier beim 41. Nürnberg-Fischbacher. Spielt hier beim 41. Nürnberg-Fischbacher. Wow! Der Papa gewinnt so ein I, aber die spielt hier wohl hauptsächlich um Erfahrungen zu sammeln. Oh, reichlich, reichlich. Gib mir mal fünf Euro, der Rest ist Spende für Bedürftige. Boah! 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 Die Gegner des Tius von Tius Versteinkommen von Christus Fall. Applaus